guten tag leute hier spricht wieder euer peter so leute und heute werden wir wieder ein bisschen fußball spielen gegen köln und kenne letzte spiel tag letzte spiele sozusagen die letzte spiele war es nicht so unser sie so ein bisschen die letzten spiele nicht ganz so bundesliga mäßig weit gebracht leute das muss man schon sagen das ist halt zurzeit ein bisschen unser problem gewesen aber gucken wir gucken einfach mal was was die saison setzt bringt leute wir haben ja noch ein bit mehr haben zeit haben wir ja noch leute zeit haben wir ja noch leute das muss man sagen es ist zeit für noch vorne dran dran zu kommen wieder an anleihen an den top zu handeln an den ersten platz haben wir ja mehr haben die chance leute wie noch mal doch weiter er doch noch die platz 1 zu erreichen leute das haben wir immer noch und wir sind ja im dfb oder champions league auch dabei noch leute müssen wir so sagen wir sind ja noch in der bund champions league und dfb pokal 8 gut dabei immer so sind und sind wir auch noch gut dabei leute aber wir haben wir alle zwei alle mehr im wir müssen wieder unterspielen machen mehr und wir wollen wieder dran komme leute das ist unser ziel heute meint die champions den titelgewinner deutscher meister ist noch unser ziel und trotzdem immer mehr da wir können es noch scharfe leuten nach oben wieder an leipzig ranzo und ranzo roben leute es wird kein einfacher weg aber mehr als machbar ist es leute machbar ist immer alles machbar ist immer noch wo war ein brechen warum hat er abgebrochen ist weiter gelaufen warum steht das so weiter auch im mittelfeld bei ihm versteht man es echt nicht warum er nicht in der nationalmann so spielt ruhig weiterspielen an junger ist wie das sein er ist eigentlich der spiel des jahres neun bis aus er wurde mit spieler oder was zwar unverdient waren leute was ehrlich so unverdient waren was sowas von unverdient waren leute dass er es nicht geschafft hat im team schirm team sturm zu kommen leute man kann sich denken vielleicht waren viele dachten man hat noch nicht so viel das ist erst eine richtige erste richtige saison leute das ist erst eine erste richtige saison so so erweirsch das ist eine erste richtige saison so so erweirsch und zwar seine erste richtige saison leute da war es schon ein halbes jahr bei uns leute aber das war ja kein genauso muss man sagen zwar noch mal erwartet hat er nur ein halbes jahr bei uns gespielt und da hat er schon eine mega saison gehabt muss man so sagen da war schon eine saugute saison einfach ruhig und das spiel durchziehen wir haben ja wir sind ja da man weiß ja nicht was noch passiert diese saison leute wie gesagt also ok zurzeit laufen die flanke grad nicht so so wie sein sondern wir haben aber die aber mir Ja, an einem Fall ruhig das Spiel durch, an einem Fall das Spiel ruhig zu nachher. Die Mannschaft spielt ja nicht so, man merkt, die Mannschaft ist ja gut drauf, Leute. So, die erste Hälfte ist fast rum, Leute, wir führen 200. 3-0, das Spiel ist wahrscheinlich entschieden, Leute, das Spiel heute. Spiel ist entschieden, wie es aussieht, Leute, so müssen wir es sagen, Spiel ist entschieden heute, 3-0. Und jetzt einfach ruhig, weil der Sieg müssen, wir müssen wirklich, das Spiel ist entschieden, so, die erste Hälfte ist gleich rum, Leute. Ruhig das Spiel durchziehen, Mann. Wie gesagt, diese Saison werden wir ja natürlich noch durchziehen, Leute. Diese Saison werden wir noch mal durchziehen, Leute. Und dann werden wir mit FIFA 23 weitermachen. Also, schon würde ich sagen, Leute. Wenn es nicht Champions League wäre oder so, dann hätten wir es vielleicht überlegt, ob man es nicht frühzeitig... Ob man es nicht frühzeitig beendet, eventuell, Leute. Aber durch das, dass wir halt jetzt in allen drei Wettbewerben noch mitspielen, Leute... So würde ich sagen, dann spielen wir zumindest die Saison noch durch. ... ... ... 4-0. Die Mannschaft ist heute wieder auf. ... 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